Heute möchte ich euch mal wieder Klasse 1 Feuerwerk vorstellen und zwar sind es diesmal die Panda Partyknaller. Das sind kleine Ziehknaller, also so ähnlich wie Tischfeuerwerk, nur halt, dass man an diesem Bindfaden hier zieht und dann kommt halt Konfettifüllung raus. Das sind ziemlich lustige Teile, gibt es auch von verschiedenen Herstellern. Ja, was der Effekt oder halt die Füllung bringt, wird der Test gleich zeigen. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020